Was für Kack-Maps die ganze Zeit Ich hasse das, diese Lava-Scheiße hier Ich will das, dieses Kack ist Ich auch Das macht so einen auf Epic-Battlefields oder so Aber keine Ahnung, ich feier's gar nicht Und dann guckt ihr die Charaktere an, die hier sich prügeln Das ist eigentlich schon wieder für eine Scheiße Ach Aber das ist ja genau wie der Move zum Klein Stimmt Voll die After-Makerin Ja komm hier Geh weg Und mit so einem Kack-Move dann Wenn ich gegen den Das war voller Power Punch PP Oh oh Weil wenn ich gegen den jetzt verliere, dann kann ich halt hier Das ist ja auch das Spiel einfach hier installieren Stimmt Ja Fuck Weißt du, das Er hat nur diese eine Doppel-Punch-Kombo Und sonst kann der überhaupt nicht Doch der kann voll viel Nee Sarisse Ja 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 Da hab ich safe geplayt Safe, sagt er Safe Ja Shit Macht irgendwie viel weniger Damage als man denkt Macht irgendwie viel weniger Damage als man denkt Ja Ja Guck dir das jetzt an, das ist ja 아이 Nein Puh Zum Glück nicht in ihn verloren Du bist so ein komisches Schoolgirl So von Finger ich natürlich auch keine Ahnung Tick 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 Ah, das Akuma-Kostüm ist geil. Ja. Ja. Jetzt geht's wieder los. The fuck is das? Ja, ist klar. Will fuck einfach nur. Akuma ist ja auch immer so ein Ding, ne? So ein Ding. Ja, das geht halt wirklich kaum eh, Digga. Allein wegen uns. Die sind Behinderten-Rumgeporte immer. Der Nagiva auch, ja. Ja. Ja, ist klar. So ein Boot. Ich hasse den, ne? Ohne Scheiß. Was? Ja, ja. Der ist ja Tekken 8 eh nicht dabei. Komm. Was? Ich kann's ja... Ich kann... Also es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Gute ist... Keine Ahnung. Geschlecht ist... Du hast Eddy. Dschungel. Achso, die gute ist, dass das Kinder-Gym kommt. Ja. Ja. Ja, jetzt haben wir's hinter uns. Was das Problem ist, mit dem coolen neuen Kostüm, die da jetzt automatisch schon bei sind, haben die aber nicht die coolen Bilder, sondern die langweiligen. Oh, shit. Oh, shit. Pff. Ernsthaft? Ganja. 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 Mal gucken, was es jetzt wieder alles Unscheres-Neues gibt. Cool. Kann ich nicht nur hoffen, dass du gewinnst. Ah, guck. Ist ja doch nicht so schlimm. Ja. Lol, was? Hab ich... Hab gewonnen? Wie viel Damage hat das gemacht? Ich verstehe erst nicht. Okay, zum Glück hast du's aufgenommen. Dann können wir's nochmal analysieren. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Oh, shit. To Minsyer MORGAN Oh... Oh... Veeeee Ah, aber das ist gut, sonst habe ich schon 11 Wins mit LD und das geht ja eigentlich nicht. Ah, nochmal hier irgendwie sowas. Die Schnelldrücker. Ja, das ist doch behindert. Du bist doch, man kann dich einfach nicht grabben, weil du die ganze Zeit auf dem Boden bist. Der Weird Läufer. Ja, du bist so ein richtiger Kackspass, du bist so ein richtiger Krüppel, Alter. Du bist nie in Griffreichweite, weil du immer auf dem Boden bist. Junge, ich hasse Eddie so hart, ne? Ja. Ja. Man kann nichts, man kann nichts machen, du bist die ganze Zeit auf dem Boden. Du bist die ganze Zeit auf dem Boden. Junge, du spielst nie wieder Eddie.